Komm schon, wird das heute noch was? Na geht doch. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, wie mache ich denn das jetzt? Was habe ich denn für gestohlenen Sachen dabei? Alter, ihr habt gegen die Ges... Mann, jetzt halt dein Maul, ey. Ist ja gut, Junge, ich glaub noch mal einer. So, ja, ähm, ich werde mal kurz das regeln. Ja, ich hab ja meine Kontakte an der Kaiserstadt. Bis gleich. Ja, hab ich jetzt gar keinen Stil oder was? Kann ich wahr sein hier, du? Wird erledigt. So, aufgrund meiner... Ich hasse dich. Du bist scheiße. Und du bist genauso scheiße. Schwierig. Okay, muss ich mal... Lass die Meister arbeiten, ich krieg das hin. Kriegst du. Wer ist das denn? Aber auch erst mal wieder nur am scheiße sein. Die haben halt hier nichts, was auch nur annähernd was wert ist. Ich könnte halt so hart kotzen. Ich glaub, du musst halt echt Taschendieb sein. Wenn die Gold dabei haben... Oh. Was tut ihr denn da? Hat sich das erledigt? Dieb sein ist scheiße. Tschüss. So. Ich werde jetzt einfach Mörder. Halt dein Maul, ey. Ich hab kein Bock mehr auf euch. Schau, ich geh jetzt töten. Weiß das Pferd. Ich hab wieder das Falle, ich hab hier, egal. Ihr gebt mir einfach alle auf den Krang. So, schau, schau ab. Schau, ich hab am besten. Gut, Leute, wir sehen uns gleich in der Schenkel zum Schlechten um. Äh, äh, warte mal, warte mal. Hallo. Kommst du mal her? Ich kenn dich doch. Äh, wer bist du? Hey, was soll der das? Ich kenn Amusai doch. Ich hab dir das geschneidert. Amusai? Hallo, Amusai. Warte, ich will erst mit dem Kerl reden. Was ist mit dir los? Los, schau. Du wolltest doch mal... Hallo, hast du mir nichts zu sagen? Irgendwie. Ich habe genug mit euch geredet. Bei... Na, du hast bewusstlos... Dann... Hey, wer bist du denn? Los schon. Oh, das ist dieser gesuchte Verbrecher. Ist der nicht ein Meisterdieb? Genug geredet. Bei den neuen göttlichen Angriff. Los, komm her, komm her. Zeig mir, was für einen rechten Hacken du hast. Ah. Falschkampf. Falschkampf. Boah, eine behinderte Katzenfrau. Ist übertrieben OP. So. Ja, fertig. Du kümmerst dich doch bestimmt, oder? Nicht? Ja, hier soll irgendjemand sein, den ich töten soll. Wir haben jede Menge, kann man, wenn ja... Äh, Rufio. Rufio? Er ist ein alter Kauz. Wohnt hier seit ein paar Wochen. Wow. Du bist ja echt ein cooler Typ, ne? Und sagt es euren Freunden. Ihr soll hier, hier ist die Lübe. Hallöche. Wer seid ihr? Was wollt ihr? Ich habe nichts getan. Oh, aber ihr schon... Was? Rufio? Hä? Niemand versteckt sich vor, sieht es. Oh, bitte nein. Ich gebe euch Geld. Nennt euren Preis. Egal wie hoch. Egal wie hoch. Bitte nur lasst mich am Leben. Ja, wie viel Geld kannst du denn... Äh! Wir haben gerade über Geld geredet, ja? Wenn man in einer Verhandlung ist, da fängt man nicht einfach an abzuhauen. Das gehört sich, ja? Das gehört zum guten Ton. So, und ich hoffe, dass du es dir jetzt endlich gemerkt hast, ne? Um dir das nochmal ein bisschen einzuprügeln, damit es dir auch merkt fürs nächste Mal, ne? So, verstanden. Warte. Das gehört auch noch dazu. Bitte sehr. Hast du nun davon? Oh, na gut. Danke. Warum mache ich nicht mehr ein bisschen? Hey, nehmt euch was. Ach so, schlafen. Da muss ich nochmal reingehen und nach Bett fragen. Und wenn ich die Einnahmen noch so dringend brauche, ihr seid hier nicht willkommen. Oh, hey! Wir haben uns nicht mehr zu tun. Halt dein Scheiß, Mann, Junge! Halt dein Scheiß, Mann, Junge! Halt dein Scheiß, Mann, Junge! Ich will doch einfach nur schlafen. Und wenn ich dafür ganz Tamriel ausrotten muss. Die Tat ist also getan. Woher ich das weiß? Weil du ihn gesehen hast. Ihr werdet sehen, dass die dunkle Bruderschaft eine Menge weiß. Ja, ja, ist klar. Wir müssen jetzt auch so ein Mörder werden, ja? Ja, also mein Leben für Nersul. Mein Leben für Arjur. Äh, ich meine... Nersul. Ich hoffe nicht, dass da wir wieder die ganzen Wachen auf den Sack gehen, ey. Schon genug Probleme mit denen. Während... Och, ist ja gut, Mann. Ich hab hier doch nur was zu tun. Dann bin ich wieder weg. Danke. Och, bin ich froh, endlich mal einer von diesen krassen Boys zu sein. Ja. Wie seh ich denn aus? Oh. Ihr seid zwar ein Argonier, aber keine Schattenschuppe. Was für ein Chaos ihr als Jüngling erlebt haben müsst. Sittis, sei Dank, dass ihr endlich nach Hause gekommen seid. Willkommen. Ähm. Danke? In der argonischen Heimat Schwarzmarsch werden jene, die unter dem Zeichen des Schattens geboren werden, direkt nach ihrer Geburt zur dunklen Bruderschaft gebracht. Ach so. Jeder Schattenschuppen-Jüngling wird in den Künsten der Heimlichkeit und des Meuchelmordes ausgebildet und verbringt sein Leben im Dienst des mächtigen Königreichs Argonien. Jede Schattenschuppe, die die Volljährigkeit erreicht, wird als vollwertiges Familienmitglied in die dunkle Bruderschaft aufgenommen. So war es bei mir und bei Oceva. Ach so. Jetzt weiß ich, warum das alles Echsen sind. Das machst du viele Argonier nur noch rumlaufen. Siehst du auch immer wieder, was das zu gelernt hat. Das dieses Display ist halt auch sogar sehr lehrreich, ne? Was soll das Ganze? Loll. Was soll die Ganze? Loll. Gifteter Apfel. Loll. Der muss ich kaufen. So. So, Leute. Das will ich jetzt unbedingt. Unbe... Ausprobieren. Hä? Oh, ich bin gestorben. Gott, mache ich. Oh, Kaiserstadt, wenn ich das schon wieder lese. Oh. Hast du eigentlich ein Problem mit mir? Ach so weit kommt's noch. Ja, klar. Was denn für ein Drecksalarm mit meinem Namen? Sind die eigentlich die ganze Zeit nur am rumgrölen? Wo? Welches Schiff? Das hier? Da war ich doch schon. Hä? Das hier. Was zum Teufel? Ihr gehört nicht zu meiner Mannschaft. Dafür habe ich keine Zeit. Ich wollte hier eigentlich erstmal meinen Standpunkt erläutern, aber... Ähm... Das kommt uns halt immer noch, ne? Ja, also auf jeden Fall so sehen... Leuchten oder auch. Äh... Ja. Äh... 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 Macht das ihr Wecker. Lol, hier ist ne Ratte. Intrigant. Lol. Ne Ratte. Bitte nehmt dieses schwarze Band als Belohnung. Es ist ein Ring mit Kräften. Geil. Das passiert wohl, wenn ich das anlege. Ah! Geil. Geil. Ah! Es ist mir illegal. Ist es... Herrgöhnt. Wir sehen uns nicht! Auf dem 확st. ,"Nose Be super! Nee, lass ich lieber, das, nee, das, äh, ich, äh, wir sehen uns an der nächsten Folge, ne? Also, äh, tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020